Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch eine langsame und entspannte Yoga-Einheit für die Hüfte mitgebracht, die euch nicht nur dabei hilft, flexibler zu werden, sondern euch vor allem dabei unterstützt, loszulassen. Hüftöffner im Yoga können durchaus sehr intensiv sein, also heißt heute wirklich mal alle Gefühle willkommen und lasst allem, was da sein möchte, allem, was vielleicht sogar hochkommen möchte, den nötigen Raum. Zur Unterstützung empfehle ich euch heute eine dicke Decke, so eine dicke Wolldecke hier zum Beispiel. Das macht das Ganze noch ein bisschen komfortabler für eure Knie. Ansonsten braucht ihr aber nichts weiter, außer bequemer Kleidung und einer Unterlage. Und ja, würde ich auch schon sagen, auf die Mathe und los geht's. Ganz viel Spaß. Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Öffne die Kniematten breit, bring die Stirn zum Boden, streck die Arme lang nach vorne raus. Gib dir einen Moment hier in Stille, um ganz bewusst anzukommen. Spür den Kontakt zum Boden, spür die Länge im Rücken und nimm schon hier die sanfte Öffnung deiner Leisten wahr. Atme tief und gleichmäßig ein und wieder aus. Tritt in Verbindung mit deiner Atmung. Wunderbar. Dann roll von hier aus auf und finde den Weg in deinen Vierfüßlerstand, kniehüftbreit, Hände unter den Schultern aufgestellt. Um es deinen Knien etwas komfortabler und weicher zu machen, schnapp dir gerne schon hier deine Decke und lege sie unter deine Knie. Für Katze Kuh, atme ein, komm ins Hohlkreuz, heb dein Herz. Atme aus, runde den Rücken, saug den Nabel ein, Katzenbuckel. Einatmen, Hohlkreuz, roll die Schultern zurück, hebe leicht den Blick. Ausatmen, Katzenbuckel, mach den Rücken so rund wie du kannst, schieb den Boden unter dir weg. Noch zweimal so. Einatmen, Herz öffnen, Blick leicht heben. Ausatmen, Rücken maximal runden, saug den Nabel ein. Letztes Mal. Einatmen, Hohlkreuz. Und ausatmen, Katzenbuckel. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken. Von hier aus, stell den rechten Fuß hinter dir auf und schiebe aktiv durch die rechte Ferse nach hinten und unten, sodass du eine gute Dehnung in deiner rechten Wade spürst. Du kannst sie auch gern so ein bisschen pulsieren. Genau. Mit deiner nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein kontrolliert nach oben, öffne die rechte Hüfte und stelle ausatmend deinen rechten Fuß seitlich quer hinter den linken auf. Atme ein, heb den rechten Arm nach oben. Atme aus, öffne dich noch ein Stückchen mehr für deine seitliche Balance. Schiebe die rechte Fußaußenkante in den Boden, richte die Schultern übereinander aus. Mit deiner nächsten Einatmung zieh dich der rechte Arm nach oben, richte dich auf. Und mit der Ausatmung lehn dich rüber zur rechten Seite, zieh den linken Arm rüber nach rechts für diesen wundervollen Side Stretch. Atme hier tief ein und aus. Mit der nächsten Einatmung kurbel wieder nach unten, stell die Hände auf, stüb den linken Fuß um, rechtes Bein parallel zum Boden. Und aus, schieb dich von hier aus in den dreibeinigen Hund, rechtes Bein in der Luft. Öffne die rechte Hüfte, beug dein rechtes Bein, lass die Ferse Richtung Gesäß fallen, schieb dein Knie aktiv nach oben Richtung Himmel und lass deine Schultern dabei ganz gerade auf einer Linie ausgerichtet. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung stell deinen rechten Fuß außen von deiner rechten Hand auf, erde dein linkes Knie und deinen linken Fußrücken. Dein rechtes Knie ist über dem rechten Sprunggelenk ausgerichtet, deine Hände sind mittig aufgestellt. Und dann bleibe entweder hier und spüre die tiefe Dehnung deiner rechten Hüfte oder wenn du mehr möchtest und es sich gut anfühlt, dann bringe einen oder vielleicht sogar beide Unterarme zum Boden für den vollständigen Salamander. Wähle eine Variante, die sich für deinen Körper heute gut und wohltuend anfühlt. Erzwinge nichts. Vertiefe deinen Atem und schau mal, wo du die Dehnung heute besonders intensiv wahrnimmst. Ganz egal, wo du bist, schenke dir noch einen tiefen Atemzug tief ein und aus und dann richte dich langsam wieder auf. Komm auf die rechte Fußaußenkante, bring deine rechte Hand auf deine rechten Oberschenkel und öffne dich zur rechten Seite, während du achtsamen Druck gegen deine rechten Oberschenkel ausübst. Atme hier tief ein und aus. Und dann löse das Ganze langsam wieder auf. Bring beide Hände zurück auf die Matte, dein rechtes Knie zurück in den Vierfüßlerstand und schieb dich einmal in die Haltung des Kindes. Gib dir einen Moment, um hier kurz nachzuspüren und einfach nur wahrzunehmen. Atme tief ein und aus. Dann roll von hier aus wieder auf, komm in den Vierfüßlerstand und wir machen das Ganze auf der linken Seite. Stell den linken Fuß hinter dir auf und schiebe aktiv durch die linke Ferse nach hinten und unten, sodass du eine gute Dehnung in deiner linken Wade spürst. Gerne pulsiere hier auch wieder ein bisschen. Mit deiner nächsten Einatmung heb dein linkes Bein kontrolliert nach oben, öffne die linke Hüfte und mit der Ausatmung stell den linken Fuß seitlich quer hinter den rechten. Einatmen, heb den linken Arm nach oben. Ausatmen, öffne dich noch ein Stückchen mehr für deine seitliche Balance. Schieb die linke Fußaußenkante in den Boden, richte deine Schultern senkrecht übereinander aus und zieh den linken Arm kraftvoll Richtung Himmel. Mit deiner nächsten Einatmung zieh dich der linke Arm nach oben, richte dich auf und aus. Lehn dich rüber zur linken Seite, zieh den rechten Arm mit Länge über den Kopf. Atme tief in die rechte Flanke ein und vollständig wieder aus. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung kubel wieder nach unten, stell die Hände auf, stülp den rechten Fuß um, linkes Bein parallel zum Boden und aus, schieb dich in den dreibeinigen Hund, linkes Bein in der Luft. Öffne die linke Hüfte, beug dein linkes Bein, lass die Ferse Richtung Gesäß fallen, schieb dein Knie aktiv nach oben Richtung Himmel und lass deine Schultern wieder ganz gerade auf einer Linie ausgerichtet. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung stell den linken Fuß außen von deiner linken Hand auf, erde dein rechtes Knie und deinen rechten Fußrücken. Dein linkes Knie ist über dem linken Sprunggelenk ausgerichtet, Hände mittig aufgestellt. Bleibe entweder hier in dieser Position, wenn das für dich heute genug ist, oder wenn du mehr magst, dann bringe einen oder vielleicht beide Unterarme zum Boden. Finde deine ganz persönliche Form dieser Asana und gehe immer nur so weit, wie es sich für deinen Körper wirklich gut und näherend anfühlt. Arbeite stets mit deinem Körper und nicht dagegen und verbinde dich immer wieder mit deiner ganz bewussten Atmung. Egal wo du bist, atme nochmal tief ein und aus. Dann richte dich langsam wieder auf, komm auf die linke Fußaußenkante, bring deine linke Hand auf deinen linken Oberschenkel und öffne dich zur linken Seite, während du deinen linken Oberschenkel aktiv von dir wegschiebst. Bleibe für einen tiefen Atemzug. Sehr schön. Dann löse das Ganze langsam wieder auf, bring die linke Hand zurück zum Boden, dein linkes Knie zurück in den Vierfüßlerstand und schiebe dich noch einmal für einen Atemzug in die Haltung des Kindes. Atme hier tief ein und aus. Und dann roll von hier aus auf in den Fersensitz. Stell die rechte Hand rechts hinter dir auf, atme ein, kreis den linken Arm über vorne rüber nach rechts, schieb dein Becken nach vorn, atme aus, senk dein Gesäß wieder ab, stell die linke Hand links hinter dir auf. Einatmen, kreis den rechten Arm über vorne rüber nach links, schieb dein Becken nach vorn, aus, Gesäß tief, rechte Hand aufstellen. Noch eine Runde. Einatmen, heb dein Becken, kreis den linken Arm rüber nach rechts, aus, linke Hand wieder aufstellen. Letztes Mal. Einatmen, Becken heben, kreis den rechten Arm rüber nach links und aus, komm zurück in den Fersensitz. Stell die Hände weit vor dir auf, stülp die Füße um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Nimm die Decke beiseite, aber immer noch griffbereit und atme hier einmal tief ein und lösend aus. Wir wollen von hier aus in unsere halbe Taube. Dafür atme ein, heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus, atme aus, zieh dein rechtes Knie Richtung Brust, bring den rechten Unterschenkel zum Boden, lass dein Gesäß tief sinken und polster, wenn du magst, deine rechte Gesäßhälfte jetzt mit deiner Decke aus. Dann atme ein, hier heb dein Herz, komm auf die Fingerspitzen und mit der Ausatmung wandere mit deinen Händen nach vorn und lasse, wenn du kannst, deine Stirn auf die Matte sinken. Versuche dich hier so einzurichten, dass du dich so wenig wie möglich bewegen musst, um voll und ganz in diese Haltung, in diesen Hüftöffner einzutauchen. Nimm wahr, ob und wo du in deinem Körper Widerstand spürst und versuche diese Bereiche ganz bewusst loszulassen, ganz gleich, ob physischer oder emotionaler Natur. Entspanne jeden einzelnen Finger, lass deine Unterarme, Oberarme und Schultern ganz schwer werden. Schicke dein Atem ganz bewusst in deine rechte Hüfte und bleibe noch für zwei Atemzüge hier. Dann löse das Ganze wieder auf, richte deinen Oberkörper langsam auf, stülp die linken Zehen um und schieb dich von hier aus in den dreibeinigen Hund, streck dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Öffne die Hüfte, kreis dein rechtes Fußgelenk erst in die eine, dann in die andere Richtung und dann bring den rechten Fuß zurück zum Boden und wir machen direkt weiter mit der anderen Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus, atme aus, zieh dein linkes Knie Richtung Brust, bring den linken Unterschenkel zum Boden, lass dein Gesäß tief sinken und polstere, wenn du magst, deine linke Gesäßhälfte mit deiner Decke aus. Mach es dir so bequem wie möglich. Dann atme ein hier, heb dein Herz, komm auf die Fingerspitzen und mit der Ausatmung wandere mit deinen Händen nach vorn und lasse, wenn du kannst, deine Stirn auf die Matte sinken. Mach noch ein paar letzte Bewegungen, Bemühungen, um dich hier voll und ganz einzurichten und achte darauf, dass deine Hüfte ganz gerade ausgerichtet bleibt. Erlaube deinem Körper und deinem Geist immer mehr zur Ruhe zu kommen. Schließe gern deine Augen, lass den Punkt zwischen deinen Augenbrauen ganz weich werden. Dein Kiefer ist entspannt, dein Atem fließt ganz gleichmäßig. Lange, tiefe Atemzüge ein und aus. Spür die Dehnung in deiner linken Hüfte, spür die Intensität dieser Position und bleibe noch für zwei Atemzüge hier. Und dann löst das Ganze langsam wieder auf, richte den Oberkörper auf, stülp die rechten Zehen um und schieb dich von hier aus in den dreibeinigen Hund linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Öffne noch mal die Hüfte, kreis dein linkes Fußgelenk erst in die eine, dann in die andere Richtung und dann bringe den linken Fuß zurück zum Boden. Von hier aus wandere mit deinen Füßen nach vorne durch, kommend sitzen, greife unter deine Kniekehlen und rolle Wirbel für Wirbel in Rückenlage. Von hier aus streck die Arme zur linken und rechten Seite raus, hüpf dein Becken so ein Stück nach rechts und lasse deine Knie ungefähr in Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Linke Hand, wenn du magst, auf deinem rechten Oberschenkel, Blick zur Decke oder zur rechten Hand. Bleibe für zwei, drei Atemzüge hier. Dein Bauch ist weich, dein Körper schwer, deine Augen gerne sanft geschlossen. Atme noch mal tief ein und aus. Dann wechsel die Seiten, bring deine Knie zurück zur Mitte, hüpf dein Becken ein Stück nach links und lasse deine Knie in Nabelhöhe zur rechten Seite sinken. rechte Hand, wenn du magst, auf deinem linken Oberschenkel, Blick zur Decke oder zur linken Hand. Und dann stell dir vor, du kannst mit jeder Ausatmung immer schwerer werden. Dich mit jeder Ausatmung immer mehr mit der Erde unter dir verwurzeln. dir selbst mit jeder Ausatmung ein kleines Stückchen näher kommen. Atme tief ein und aus. Dann komm zurück zur Mitte und für unsere abschließende Haltung finde entweder direkt den Weg in dein Savasana oder wenn du die heutige Einheit mit einem Hüftöffner abschließen willst, komme gerne in den liegenden Schmetterling Subta Parakonasana indem du deine Fußsohlen zusammenbringst und deine Knie auseinanderfallen lässt. Deine Hände liegen entweder ganz entspannt neben deinem Körper oder ganz schützend auf deinem unteren Bauch. Und dann erlaube dir für die nächsten knapp zwei Minuten in die absolute Stille einzutauchen. und wenn immer du das Bedürfnis hast, deine Beine lang am Boden auszustrecken, gehe diesem Impuls ganz selbstverständlich nach. Entspanne gib ab lass los und genieße deine Schlussentspannung und aus gl 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann komm langsam. Wieder zurück. Vertief den Atem. Beginne deine Finger zu bewegen, deine Handgelenke zu kreisen. Bewege deine Zehen, kreis deine Fußgelenke. Nimm die Arme lang nach hinten über deinen Kopf, streck und räkel dich gerne. Mach jetzt die Bewegung, die du brauchst, um wieder zurückzukommen. Und dann roll dich von hier aus nochmal auf deine liebste Seite, so wie morgens im Bett. Genieße die Wärme. Genieße die Nähe zu dir selbst. Und wenn du soweit bist, dann finde ganz entspannt, ganz in deinem eigenen Tempo, über eine Seite ins Sitzen. Finde den Weg in den Schneidersitz. Lass die Augen gerne noch geschlossen. Bring die Handflächen aufeinander. Lass die Daumen dein Brustbein berühren und senk den Blick. Verneig dich in tiefer Dankbarkeit und Demut vor deiner Yoga-Praxis, vor deinem Körper, vor dir selbst. Öffne die Augen, heb den Blick. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir gemeinsam Yoga zu praktizieren. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und bis zum nächsten Mal. Namaste. It is time, it's the perfect summer night. Jennifer Tschüss. Spell that in your eyes